Verstehst, das ist nicht dein Eigentum, das begreif ich nicht. Legst du wieder zurück? Du, welcher schon, der hier auf mir ist? Was? Du hast gefühlt sogar, welcher schon, der war spruch ich jetzt schon mal aus für mich. Nein, was willst du mit so einem Metallrad? Das ist kein Metall. Mann, ja, die bin halt nicht wieder. Scheiße, ich hab auch hingedrückt, das hab ich auch so. Okay, Dr. Gregor, los geht's. Wir haben uns abgedreht. Achso, geschlossen, oh nee. War nur 16 Sekunden. Na dann. Ja, wüsst du, ich bin der Jimmy. Hey, DJ. Hey, DJ. Das witzige ist, dass jeder Charakter andere verrückte Minispiele für uns hat. Da muss der Bein wackelt. Also erstmal mit dem GameCure, mit dem Game Boy Advance oder in der Disco. Mann, da läuft zu dir. Ah, das kennst du ja noch von der Viva. Du kannst pumpen. Blasen. Komm, meine Perücke, meine Perücke. Was ist das? Ist das eine Perücke? Ja. Das ist nie mies. Komm, nee, die anderen sind nicht rausgerutscht. Da stand Schnippe 1. Achso, hab ich zeig. Uigella! Na, ich hab nicht hingeguckt, weil ich Uigella gemacht hab. Die Erdbeere kannst du nicht auf ne Torte werfen, aber den Typen fang. Ach, solltest du gar nicht. Ach, du solltest dich nicht fangen lassen. Nö. Ich hab aufgefollt, dass du bist dran. Schuuu! Haha, haben eh den gefangen. Jetzt muss ich auf das Spiel achten und auf deine Perücke. Ach, das ist gut. Guck mal, kann man... Hui! Dann kannst du weiter gucken. Ähhh... Oh ja, die Oma! Haha, ha, ha, ha. Schu! Die ist aber so drauf. Oh. Ich wüsste nicht, was ich machen sollte bei dem Oma-Spiel. Hat sich verstanden. Wirklich? Was ist das euer Ernst? Nein! Nein! Meine Nase, Jukid! Ja, nee, nee. Kackspiel. Mir ist Wasser gefallen. Seit langen gingen die Nächte ins Wasser. Mann, ich bin wie ein Schweinchen! Erstmal A drücken! Shit, shit! Der war sauber! Ich muss mich auch noch einmal rüber und ins Zähne fertig geputzt. Ich bin die Perücke beim Fliegen weggeflogen, ist der Hammer! Der Perücke, das mag ich nicht mehr. Ich bin echt. Dann kommt jetzt, ich muss den Schuss auf das geistige Spiel. Was ist hier noch? Fliegen. Und nochmal Salz springen, geil! Aber das mit Mona habe ich hier voll scheiße in Erinnerung. Irgendeine Perücke trägst mag ich nicht mehr. Dann will ich auch einen anderen nehmen. Ich bin ja gute alte Augenbung. Aber ganz schön wie groß. Wir machen welche Zuckung. Guck mal, mein Ding wackelt da oben rum. Wenn nicht eigentlich! Schreckt euch! Ah, das mit der Arztpraxis! Das war ja der Hammer! Oh nein, nicht die Olle! Das war ja geil, ey! Das ist das Beste, was ich hier gespielt habe. Ich muss den Lippen schnau-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l. Das ist kein Blut! Sieber auf Kokosch, Oma! Das ist ein Arzt! Ich muss klatschen! Klatsch, klatsch, du bist toll! Eins! Lass mich jetzt hier raus! Lass mich jetzt hier raus! Lass mich jetzt hier raus! Fangen! Achso, ich... Der Affe ist sauer! Ich bin ein blöser Affe! Oh nein, der Ast ist krank! Träger hat mir sein Bein getrunken! Klatsch! Ich bin Windy! Entschuldigung, aber die Leute machen man sich nicht lustig. Schau, ich mach hier rein! Ich hab eher Angst vor Windelnacken. Deine... Kok... Kontroll... Kok... Streichen... Machst du das, Robin? Mach es! Und... In welche Hand? Stechen! Voll! Voll ins Knie! Aber warum kriegst du eigentlich mal die simplen? Das ist ja auch voll Glück, Alter! Pum! Guck mal, der hat ihren Sehnen immer! Und die will hat nie! Was meinst du, Oma? Warum hat der... Ist doch ein Menschenarzt! Geschicht ist hässlich! Von Robby! Verdecken! So Dicker, jetzt hast du ein Problem! Den seh ich doch gar nichts mehr! Und jetzt... Hörbinden, jetzt hörbinden schnell! Hörbinden! Ja, ja, gut! Ja, das war ein Hammerspiel! Den Strich nach um sich ziehen, das war schon echt krank! Ich hätte angedrückt! Hörbinden! Ja! Klatschen zu mir! Techio! Ja! Super! Hyper! Moment mal mal marschiert! Kann er nicht schneller reden? Ich... für...s... zu... spät... kochen... kommen. Würde ich endlich bis zu spät kommen? Ich verstehe den Text nicht. Entschuldigen. Achso, und? Lass ich mich nicht entschuldigen. Komm, ich bin nicht gut. Entschuldigen... Entschuldigen, wenn ich zu spät bin. Ey, 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 ey. Super gefallen. Ne, uncool. Hat das Spiel auf den Ars gehört? Der Handy! Wir sind ja nicht auf dem Ars, wir dürfen das Klappchen stellen. Hast du? Ja, das ist der Sinn, aber... Hat das Spiel zugehört, dann kommt das Klappchen, ja oder nicht? Achso! Perwür... 3... Schau... 3... Das macht ja dauernd, das ist keiner gut. Ne, das ist der normale Dippe und nicht. Genau, der... Jetzt noch, Jack Cook! Ne, muss ich... Das kann ich jetzt nicht. Mann, du musst cool spielen. Hat der Spieler auf den Ars gehört? Die Hände, das ist... Das war der Hammer. Der Klang aus dem Tisch, ja. Geile Scheiße. Beine... Muss ich mal so schweren Sachen machen. Oh, das kann ich so machen! Leute! Ich bin auf dem Rollstuhl! Das ist eigentlich nur auf der Stelle stehen bleiben müssen. Hierbei nichts passiert. Jetzt habe ich mich übergerollt, habe ich mich angegriffen. Ich habe meine Beine aufgehoben. Was los? Nee! Das ist ein Kuh. Peace. Mal mal, Robin. Ein... Ein... Das kann ich doch gar nicht spielen. Hoppeta, 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 Rams! Ey, du brauchst erstmal noch immer bei uns. Puh, mal, find ich... Besoffener liegen und dann... Hä? Die Storchenarme sind geil. Hä? 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 Okay. Saniert. Die Schwester ist ein bisschen crazy. Diagnose... Ich find das lustig! Ich find das lustig! Der hat den besten auf den Arzt gehört. Ja! Wie geht's mit ihm los? Hörst? Hui! Wie er da auf dem Stuhl lag, das ist der Hammer! Wie er da auf dem Stuhl lag, das ist der Hammer! Wie er da auf dem Stuhl lag, das ist der Hammer! Wie er da auf dem Stuhl lag, das ist der Hammer! Kann man das noch mal sehen, irgendwie? Gibt's hier noch mal zurückspulen? Wie er da lag und so geschwommen und so... Psh, das war der Hammer! Oh, ich liebe so vollkommen asoziale Leute. Echt asoziale sind das Geister auf diesem Planeten. Genau wie Inder. Also ich find Inder sind das Geister... Was ist denn? Doktor Krüger! Krüger! Was steht? Oh, nicht blau! Doktor Krüger! Doktor Kräger! 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 This is not a computer! This is a computer! Ich bin ein bisschen gay! Oh! Oh, das ist für ein geiler Science-Fiction-Horror-Thriller! Tom Rakete wurde gestartet! Robin fliegt uns alle! Oh, das Spiel geht ne Weile! Galaxieherrschaft ist mein! Doktor Krüger ist wieder mein! Astronaut Robin! Verstören wir Krüger A2! Krüger A2 feuert Rakete ab! Krüger A2 feuert Rakete ab! Startet nicht jetzt! Krüger A2 hat betroffen! Krüger A2... Rausch... Oh Gott sei Dank! Traumschub endet! Doktor Krüger! Krüger! Kannst du den Planeten verstören! Doktor Krüger! Philipp! Warum reicht nicht? Freiwillig viel Spiele! Fuck! Nein, nicht schon wieder die Alte! Wie geht denn das? Maniprieren! Verstehe das nicht! Kannst du nicht? Ich habe auch jede Taste mal gedrückt und Gelenke habe ich auch, da bis geht nichts! Kader an Steiß... Steißbein! Doktor Krüger hat sie ambiviert! Ah, da war... Gott sei Dank! Ah, da war ne Wand! Ah, da war ne Wand! Dann hole ich mir das mal hier schnell! Wie war denn das? Hier! Wird die Mutter von der eingeärgert und gehen so... Ey, hör mal auf wie es knallt und das war ich nur gegen ne Wand, die war mitten im Ball! Ah, was? Du bist! Du bist mal kaputt! Tchuuu! Nee, ist doch mal kaputt! Das ist doch... Astronaut Philipp! Der Verteidiger der Galaxie ist unterwegs! Nicht schlecht! Nein, nicht ausgeregt! Jetzt verstehe ich's! Aber ich habe es ja eher verkauft! Doktor Krüger, zieh an wie sie... Da war... Wern jemand gelaus... Leider hatte sie nicht. Und die Tür verfehlt... Yesss! Nein, lang pack, hang mir bitte, sonst ist aus... Ach, ja! Nein! Nein! N gramsci... Das ist so uncool, jetzt hab ich ja die Scheiße. Boah, das ist wie Bingo. Äh, wie ist es? Komm schon, komm schon. Äh, ja, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht. Mann, schon wieder daneben. Du hast, äh, du hast es noch nicht einmal geschafft. Ja, man muss es mal gewöhnen. Woran musst du dich da gewöhnen? Du darfst ehrliches immer aussuchen. Dr. Krüger, die Welt hat schon immer ein bisschen schwer. Nimm bitte ein Feld. Robin! Jawoll! Ach, der fett. Ich hab doch irgendwas langes, hartes zu tun. Hast du noch, Philipp? Oh nein. Alter, hab ich nicht viel spielen. Oh, da bleibt die Kartoffel einfach stehen. Da bleibt die Kartoffel stehen. Okay, jetzt seh ich schon vorne Kartoffeln. Also, irgendwann ist auch vorbei bei mir. Robin hat das Ziel angehört. Dr. Krüger. Was? Blablabla. Oh, nochmal. Oh, geil. Oh, zwei mit einem Streit. Wie nie ist. Was? Das war wohl geil, oder? Er liefst. Und die Morte. Ey, ich hab das Spiel. Ich hab das Spiel doch gar nicht verstanden. Schafft mal die drei Spiele bitte nicht. Ich hab mir das von der Tomate getroffen. Ich meine, was ist denn das? Macht der vollkampf Spaß? Ich kann doch nix machen. Und wann kriegst du auch nen Planeten? Ich hab schon einen. Auch wenn ich es gar nicht happen kann, schon. Ich hab das Spiel doch noch. Käpt'n Robby holt auf. Käpt'n Krüger. Doktor Käpt'n Krüger für dich. Mann, das ist jetzt hier nicht. Klopp. Pfff. Ich geh im Ernst. Ich kann's nicht bringen. Ich find's auch gerade lustig. Nun darf ich nicht für's eine Feld jetzt nehmen? Ey, ihr seid voll kacke. Das ist dann aber das Beste, oder? Ey, hör mal auf. Oh Mensch. Ich wär gar nicht immer so scheiße. Ich hab verliegen wir sowieso gar nicht viel, die ganze Felder. Oh Mensch. Mir hast du fast gedacht. Ich spiel nicht. Ja, was hast du gedacht? Ich spiel nicht. Wirklich? Wir machen jetzt. Wir vertreiben ja. Ja, der Maulwurf hat dir jetzt noch ne Beine getroffen. Ah, du darfst es hinten abknallen. Hab ich keine mehr mit abknallen. Kackspiel. Oh nein, ich hab nicht mal ein Feuer geschafft, letztes Mal. Jetzt hab ich zwar. Okay. Astronaut Robin. Oh nein, du kleine Sachen. Boop, boop. Der hat meine Flirte zerstückt. Das Krygonische Imperium schlägt zurück. So. Hm. Lika, lika. Der Popitzer hat er geschossen. Hast du weh? Machen wir mal auch bitte immer alles kaputt zu machen, was mir gewöhnen wird. Nein, lass mal. Du weißt, dass du die drei Spiele sowieso nicht schaffst. Doktor Krieger. So ein Zei... Ah, so ein Arschloch. Die zwei Spiele hab ich auch gesehen. Du hast Augen. Oh, ne. Ich war immer dran. Was? Bist du draufgetreten? Nix. Nein, ich meine Atomarkin, du Arsch. Muss ich hier immer so was mit Schießen spielen? Ich denke, meine Spiele. Was? Nein, das ist doch okay. Das ist doch okay. Mach mal hin, denn die Folge ist zu Ende. Naja, bist du betrunken. Ah, zwei. Oh Gott. Als ob ich das hier schaffe. Wie Design. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Behk. Hä? Ah ma 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 ma. Nein, das ist Winkolim. Schade. Scheiß Alianz. Alianz. Krasse alter. Ich glaube wir sind noch viel zu riskieren. Ja, das haben wir wenn ich gebossen habe. Bist du ein Arsch? Oh nein, das Spiel, das ist gar nicht so einfach wahr für Robby. Nein, ist einfach. Jetzt was schweres. Nein, was mach ich denn? es hat ihn Mario Mütze aufgesetzt, ich Depp. So war ich jetzt. Weißt du, ich bringe mir richtig viel heute aus, oder? Mach auch ins Wasser. Ich merke, ich kann mir alles aus. Merkst du oder so, am Haarstuhl kann ich gar nicht mehr. Naja! Geil! Zulang darf er die 1 nehmen? Oh, und darf ich die 1 nehmen! Mensch, war ernst schwierig. 16 zu 1, das holst du auf, Mann. Das ist cool. Mein Glaube wird im ganzen Weltall erscheinen. Auch wenn du die Planeten beherrkst. Was spiele ich denn? Spiele ich das unten, oder? Scheiße, jetzt spielt doch mal das Richtige. Spiele ohne Schampel, dann werde ich nie geschlagen geben. Niemals! Überbockt gegen Kontroll-Aule, das Spiel, wo Robin... Du verstehst, das Spiel nicht! Du sollst da, dass der ein Hammer über die Maulwurf ist! Wo ist denn mein Hammer? Ich bin der Typ da oben! Nein! Ich gucke immer schon voll falsch. Ich weiß nicht, was ich hoffe. Kopf an Kopf, ist das jetzt euer Ernst? Ich hab 6 oder 18 und... Wie? Was ist das denn? Ey, warum hast du so große Leiste und ich so mit kleinen? Weil die wissen, dass ich nicht so gut bin. Die haben es auf deinem Niveau runtergeschraubt, meinst du, ja? Ah, dunkel! Hör mal auf jetzt, bitte! Das Mobil, äh, das... Ey, meinst du es viel kleiner als deins? Du hast es trotzdem nicht geschafft. Ich hab gar nicht erst A gedrückt. Äh? Ey, wo sollst du anhalten? Hast du was geschafft von dir? Mein Hesen hat sich auf den Kerl gepackt. Nein! Ey, du hast immerhin schon Null, das ist einfach locker. So, wo setzen wir an unseren heiligen Kopf hin? Der Kopf wird immer unter euch sein. Achst du so? Ah, das gibt's ja nicht! Du scheiß Schwein! Schau mal. Ey, so geil, das Schwein. Digga, das sieht immer nur zu seiner heiligen Schwein drin. Digitation! Komm jetzt, verwandeln wir uns nochmal richtig jetzt. Oh nein! Jawohl! Ja, das Spiel jetzt verstanden. Das machen wir zum nächsten Mal. Ich werde ein Planeten mich auch haben. Ich werde auch mal leben. Hier kannst du mir richtig Damage geben, wenn ich das hier verkacke. Oh du! Danke! Gott sei Dank hast du A gedrückt, sonst hätte ich es zu spät gedrückt. Ah, das ist klar, irgendwie 22 zu 1 nicht. Ich meine... Ich bin ja auch immer in der Planeten. Das Spiel hab ich auch noch nicht verständlich drauf. Einfach immer A, wenn es startet. Meistens gewinne ich dann. Das so wie trigonische Empfehlung hat immer noch 3 lustige Dinger. Das ist ein Wanddicker, das ist ein Wanddicker, das ist ein Wanddicker. Das ist ein Wanddicker. Knapp. Ihr seht, wie es runter ist. Gut, dass es hinschreiben. Das ist auch gar nicht verwechseln. Was kommt denn jetzt? Bossfall? Ey, was ist das denn? Helfen mir mal! Ja! Der trigonische Roboter greift sich jetzt an. Ich hab noch meine Geheimwaffe, hab ich ja gesagt. Das Spiel hab ich noch nie verstanden, ganz ehrlich. Sehr gut, früher. Na, Philipp, hast du begonnen? Ey, Alter, das versteh ich nicht. Tja, ich hab meinen konkurrennischen Halpern. Da kämpft man die ganze Zeit, um zu gewinnen. Ey, nee, komm, alles ist das... So, okay, nächste Folge kommt die beiden komischen hier, denn er und ganz unten unser Heiler. von diesem Spiel. Also, bis zur nächsten Folge. Boah! Ich versteh jetzt nicht, wieso ich verloren hab. Ganz ehrlich. Gänzt dieser Gruß auch wieder, sind wir auf Star Trek? Petri Hal. Dann ist er geangeln. Shreky. Petri Hal, Mr. Spock. Petri Hal, Mr. Spock, Leute. Wir sehen uns. Ich geh angeln. Wir beieben uns runter. Mr. Spock, beieben sie mich runter. Und Petri Hal. Ich geh angeln. Ich geh weit rumfischen. Okay. Jetzt bin ich schon wieder abgekommen von Stop. Stop. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.